Plätschernde Flüsse, rauschende Wälder, sich im Wind wiegende Weizenfelder und hier und da ein kleines Örtchen. Das ist Dorfromantik. Gemeinsam baut ihr mit sechseckigen Landschaftsplättchen in Dorfromantik das Brettspiel, eine Landschaft, die möglichst passend ist. Grundsätzlich müsst ihr beim Bau eurer Landschaften nicht auf die einzelnen Landschaftstypen auf euren Plättchen achten. Ihr könnt also auch ein Dorf an einen Wald angrenzen lassen. Nur ein Fluss muss mit einem Fluss weitergehen und ein Gleis darf nur mit einem Gleis fortgesetzt werden. Während des Spiels liegen immer drei Aufträge offen auf der Landschaft aus. So wünscht sich zum Beispiel die Eule, dass ihr Wald eine Größe von mindestens fünf Plättchen hat. Also versucht ihr, die Plättchen so anzulegen, dass ihr immer weiter Plättchen platzieren könnt. Dabei müsst ihr auch schauen, dass ihr das Feld immer erweitern könnt und nicht ein Plättchen mit einem zu kleinen Waldbereich legt, der das Gebiet abschließt. So vergehen auch mal einige Runden, bis ein größerer Wald kommt. Mit diesem könnt ihr das Gebiet auf eine Größe von genau fünf Plättchen erweitern. Dann ist die Eule zufrieden und es gibt fünf Punkte für euch. Wenn ein Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde, wird ein neuer aufgedeckt. Das heißt, ihr zieht ein neues Auftragsplättchen. Und so liegen immer drei Aufträge mit unterschiedlichen Zielen aus. Manchmal können die Aufträge aber auch sehr ähnlich sein. Zum Beispiel, wenn ihr ein Dorf bestehend aus fünf Teilen legen müsst und der nächste Auftrag ein Dorf bestehend aus sechs Teilen fordert, dann könnt ihr das auch gemeinsam erledigen. Zuerst wird ein fünfteiliges Dorf gelegt. Damit ist der erste Auftrag abgeschlossen. Dann entsteht mit einem weiteren Plättchen ein sechsteiliges Dorf und der zweite Auftrag ist erledigt. Über das Kampagnenblatt könnt ihr neue Plättchen freispielen. Diese widerspielbare Kampagne fordert euch immer wieder heraus, mehr Punkte zu erzielen. So werden die neuen Plättchen freigespielt, die sich zunächst in fünf verschlossenen Schachteln in der Box des Spiels verbergen. Das Spiel endet, wenn keine Landschaftsplättchen mehr gezogen werden können. Dorfromantik, das Brettspiel basiert auf dem Videospiel Dorfromantik, das bereits seit dem Early Access die Gaming-Community begeistert und auch einige namenhafte Preise einheimsen konnte. Das Brettspiel ist ein kooperatives Legespiel für ein bis sechs Dorfromantiker. Eine Partie dauert zwischen 30 und 60 Minuten.